und und ja was sind die denn schaffen das afk Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will auch mal was mitbekommen. Ich versteck dich. Ich versteck dich. um ein ein war er kann man ich hab den Ball weg Bruder Oh Ach, die ganze Zeit, wer ist ich doch bei der? Juppie Wichse, Wichse, alter Mann Ich wüsst's ganz genau, was lau Das hat mich grad abgefuckt Du, ich saß dir scheiße, wies in den Reinkommen Warum? Sack Wichse 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 das kann ich schanzen wieso kommt Ich bin in der Zentrum. Ich wollte eine rauchen gehen. Ich bin in der Zentrum. Ich bin in der Zentrum. Hallo Hallo Hustee Herr Mr. Freeze Johnny willst du mal was sehen? Was? Den Anfang, also grob, hatte ich so erst mal eine Wände gebaut gehabt und gestern habe ich das erste Mal weiter gemacht. Das war die erste Map die ich gebaut habe. Hallo Hast du, bist du gebrochen? Ja Hast du die selber gebaut? Ja, ich hab die, keine Ahnung Das ist aber die erste Map die ich gebaut habe Das ist aber schon so lange her Da hab ich aber nur hier die ersten Wände hier stehen gehabt Die zwei, da ist hier zwei rein Und außen hier diese Wände Hast du Rechte Äh, ne hab keine Warte, jetzt Ja Siehst du, wenn du außerhalb fliegst, so die Wände hat Schnur gehabt Bis drei hoch Zack Ich glaub Ich glaub Das Diese Reihenfolge Bam, 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 bam Ah, die Fisch ist Nimmst du aufhören Die muss ich noch einsteigen Das 202 Ach Das fuckt ab Das 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 Ja Das 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 Okay. Ja, Mann. Das nimmts. Das nimmts. Weißt du, was ich hier noch hin machen wollte? So wie bei dieser einen Note, die du den Boden vor Ort gespielt hast. So ein Knopf, das alles weg geht. Wenn man das braucht, ist... Fuck vorhaben. Ist eigentlich das taktische Sturm, die da noch drin ist. Geil. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aufstorfen wir auch in einer 70 HP runtergekommen. Nee. Ach, ach, gestorben war ich. Den jetzt fahrt ihm nicht. Ach, ach, gestorben war ich. Ach, ach, ich habe eine T-Ger-Sauber gemacht. Ach, 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 ach. Was ist das? Wow, da hätte ich es. Das ist alles noch hart. Oh, da trottsam. ich hätte jetzt gedacht kommst mit der spitzhacke ich war nämlich so oh no ja ich habe keine Ausnahme Äh, du tschinko. Äh, du tschinko. Oh, shit. It's got ups. That's what I need to try. Mmm. Whoa. Wow. Oh. Ich bin hier. Du hättest einfach eine Pyramide bauen müssen. Ich hab nicht mal richtig auf dich gezielt. Ich seh dich nicht mal. Guck mal auf den Stream. Bleib mal genau so stehen. Ah ne, jetzt bist du zu einer anderen Stelle gespawnt. Bleib mal so stehen egal. Scheiße, jetzt zieh ich doch wie es genau da hinzieht. Deswegen sag ich ja, ich hab so eine brutale Settings gefunden. Guck mal jetzt. Ach du bist schon wieder da. Ich muss auf die andere Stelle machen. Da bin ich genau perfekt auf deinen Kopf. Ja, jetzt bist du hier drüben. Guck mal. Guck mal, man sieht dein Kopf fast gar nicht. Guck mal. Ah, diese Anzeige. Hm, wie kann man das denn ausmachen? Spielekonventionen. Guck mal. Wie kann man denn... Guck mal, siehst du das? Was? Was? Es ist schön. Es ist schön. Man sieht dein Kopf fast gar nicht. Nicht, das ist echt, was oder? Zwei, zwei, zwei… Hmhm. Ich hör jetzt. Und siehst immer genau hin, ja. Ja. Neu, 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 neu. das ist aber es sind ja irgendwie einbot oder fast eine hütte guck das richtige einbot im sprung wie das gar rauskommt ich ziehe mich mal ich bin wieder da ich bin überall dein spiel bewerben was sagst du? ich bin überall dein spiel bewerben wie meinst du? ich tue ihn gerade auf instagram, twitter und überall das habe ich letztes mal bei mir auch gemacht alle anderen waren am besten zu schauen ist schon nix unsere stimmen sind auch drin ja ich weiß ja ja ich weiß tongeräte, mikrofonpegel hörst du mich gut? gut sehr gut beste leben ich achso hier ist nur zigaretten drin beschweren schat tue schat 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 ... ... ... ... ... ... Ich schwitze ihn ganz. Jaja. Was machen, Johnny? Ich häng grad eben den Link und sowas auf. Das wird natürlich nicht kommen. Das ist halt vorteilhaft, wenn man am PC ist. Jaja. Gehts 10 mal schneller als wie bei Dings? Ja, das stimmt. Genauso wie Stream anhauen. Geht 10 mal schneller als... Ja, das stimmt auch. Bei der Plays muss ich erst mal Titel eingeben. Weil wenn ich dann on bin, kann ich den nicht mehr ändern. Ich bin not off. Eigentlich müsste ich über den PC stimmen. Und wenn ich Bock habe, könnte ich auch Kamera anschließen, aber kein Bock mehr. Kein Bock. Kein Bock. Ich bin nicht mehr. Ich habe es nicht so gut. Was sind das denn? Das war's für heute. Stopp ihn. Was ist das? Füge zu mir, ich glaube. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wer ist denn alles so an? Geh mal lappend. John. John, Don. Sitz mal. Lass mal kreativ verlassen. Ich will mal kreativ mit aufhellen. Ich will mal kreativ verlassen. Ich will mal kreativ verlassen. ramatischen Ich habe hier ein Stück aufgelöst. Ok. Tum, tum, tum. Schpillen. Wo ist denn mein Feuer schon wieder? Diggi, wie heißen wir eigentlich von uns da? Diggi, voll viele Leute sind schon zu mir rausgekommen. Was? Wie? Ich hab Schiemann rausgeholt. Äh, Johnny Hessel. Hessel. Mit Doppel-S. Ähm, ja. Johnny Hessel. Oder... Politischer Kandidat. Oder... Hä, Diggi, was ist denn das für ne Scheißkarte? Du hast noch vier Abonnenten. Was? Nein. Ja, dann suchst du nicht mehr. Ja. 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 empez in der ersten Reifen zurecht 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 Fertig, ich muss es wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Oh my God. Oh my God. Das war's. Das war's. Oh my God. Das war's. 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 Livestream... Irgendwie... Dinkster... Verweilten der. Mach mich immer bis... Wie meinst du? Chico! Chico ist, wenn du verstehst. Ewa, was geht ab? Hm, was macht's jetzt, weil... Gerade... Nächste, ich bin am Rauchen. Genau, jetzt. Aber wie kann ich den Livestream verleiten? Schön an der Pipe ziehen. Ja, muss, muss, muss! Was war jetzt hier, meine Scheiss, Jim? Ist auch im Zentrum. Ja, wo ist meine Drecksmap? Ich seh meine Map nicht. Ja, was hast du denn für eine Map? Die Gunfight! Die Gunfight? Ah, hier, komm mal her. Wo ist denn... Aber wo, wo ist meine Map, Alter? Ich seh's nicht. Wo ist mein... Ach ja, ähm, wir müssen kreativ verlassen. Ich hab' mit der Aufhung gemacht. Oh, Digga, dein Headset, Alter. Und, äh... Besser? Ja, hat das nen Kabelbruch, oder was? Ja, keine Ahnung, alles behindert hier. Hab mir hier vom Weihnachtsmann ein neues gewünscht, aber er hat keins gebracht, ne? Das dumme Arschloch. Sag mal, das kann mir etwas sein, gell? Da hast du den Keks auf den Teller gelegt, Milch... Klar, Milch aufs Fenster, Bahn, Keks auf den Teller. Wir brauchen noch einen vierten für meine Map, sonst ist hier Scheisse. Ja, lass auf meinen... Hab grad den Mahlenholwerk eingeladen. Oh, der hat... Fängt da wieder an zu heulen, nachheulen. Ich hab'n Spin, äh, ein Skin bekommen heute. Was ist denn ein Skin? Tannenbaum. Das war'n Tannenbaum, ja. Ja, ähm, hast du ganz rechts mal den Tannenbaum aufgemacht? Schaut scheiße aus. Was hast du mal aufgemacht? Zum Geschenk. Keine Ahnung, das war der Kleine. Du bist, glaub ich, gestern, der KleKle, sechsjähriger, gestern, bei der gespielt mit meinem Account, da glaub ich, warst du eh kurz drinnen, ne, auf meiner Map. Ist? Ne, ne. Doch, doch, doch. Ne, ich war gar nicht da in der Trauer. Sicher gestern um 10 Uhr vormittag, warte mal. Ne. Mitteilungen. Chikuhaze, 187 Uhr, gestern, 10.35 Uhr, Kupen-Einladung in Party. Ach, ach, ach. Alter, hör auf mit den Drogen, wirklich. Ich hab's eingeladen, ich hab's eingeladen, aber du hast es privat gemacht. Ja, ja, wie gesagt, das hat der 6-Jährige gespielt, ne. Ich hab nur gesehen, wie er dich rasiert hat, ne. Ach, 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 ich hab's ja grad hier. Can't fight, can't fight. Das ist doch nix. Zauber, frei für alle. Das ist hier. Wo ist jetzt meine Drecksmap? Hier leuchtet was? Hier, 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 hier. Hier, hier, links, hier. Wo ist meine, meine ist da hinten, mal gucken. Aber ist halt jetzt scheiße, wenn wir zu dritt sind. Warum soll ich da? Ja, ist halt für den, der was alleine ist, bisschen schwierig, ne? Ja. Jeder geht einfach in ein anderes Team. Fertig. Ne, so funktioniert meine Map nicht. Ach, stimmt ja. Ja, stimmt ja. Wir machen einfach so, der, der was alleine ist, darf sich die Waffe von den anderen aussuchen und den Boost dürfen, die zu zweit auch nicht nehmen. Dann ist fair, vielleicht. Ich bin allein. Gucken wir mal, was passiert. Die Map habe ich aber nicht gestern gespielt. Doch. Nein. Ah ja, jetzt bin ich allein. Nein. Okay. Mädels, ihr zwei dürft nur die Heavy Snipes spielen. Okay. Sonst nix. Also auch keine Fische, ne? Ja. Ja, okay. Also schau, wie sie mich pushen, die Schweine. Ah, ihr Wichser, ihr. Äh, spring. Boah. Komm. Werfen wir Axt nutzen? Oder nur Heavy Sniper? Äh, Axten kannst du probieren, aber wird nicht klappen. Ah, das ist ja. Ah ja, so gefällt mir das. Heavy Sniper, das ist natürlich super, ne? Wenn da mal was dabei geht. Zwei Stunden nachladen, das finde ich gut. Das ist dein Map, gell? Ja. Ja. Ja, die macht halt nur Sinn, wenn man zwei gegen zwei spielt, ne? So, wirklich. Wieso machst du mal? Kopierst du nämlich schon nochmal die Map. Und, ähm, machst dann zwei Spawnpunkte mehr. Weißt du was? Ja, aber die sind dann in der Mitte. Das ist nicht dafür ausgelegt. Äh, ihr dürft nur den, den Rocket Launcher spielen. Also Krawatwerfer spielen. Äh, Digga, dass du auch so Zeit ran haben darf. Ja, aber ihr müsst mich mal treffen damit, ne? Ja, Bruder, ich treff dich schon. Ich weiß, wo du bist. Verdammt, töte mich. Kann man brauchen. So, ich glaub, ich hab jetzt auch gesehen, diesen Boost genommen, was ich nicht hätte nehmen sollen. Ja. Ah, ja, dann nächste Runde bitte nicht mehr. Ja. Ah, der, der Zinker ist irgendwo oben auf der A, Digga, was er gemacht hat hier. Hey Digga, der ist ganz nach oben gelaufen. Was ein Zinker. Boah, du ehrenlose Stück Scheiße. Nein, nein! Boah, fuck! Die eine hat mich noch getroffen. Nein! 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 Ich... Ich weiß halt, wie ich mit den Waffen zu spielen hab. Ah, ja. Oben, oben hab ich so nen Hund oder Schelle hab ich schon bekommen und die war echt bitter. Da können wir das, ähm, welchen sagen wir nehmen? Ein Pantherie? Ähm... Ja, nur die, nur die goldene. Keine Ahnung, wie die heißt. Noch besser. Mhm. 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 Wow, lol! Fuck you! Hätte ich lieber gesagt, Infanterie. Ähm. Mit der ist leichter zum Scopen, ich dachte, ist schwieriger mit der andern. Mit der Infanterie schwerer. Finde ich! Finde ich! Finde ich! Finde ich! Finde ich! Also für den Roadkeep. Aber der spielt auf PC. Ach so. Ähm... Die Kanaten dürfen wir nicht schmeißen. Nee. Ähm... Ihr spielt nur Infanterie. Ein 80er direkt. Haha. Wo ging du hier einmal infanter Headshots? Scheiße! Bist auch direkt in meinen Sprung rein... äh, in meinen Schuss reinglaufen. Ah, ich brauche heute die Heavy Sniper. Das wäre gut hier. Heavy Sniper. Das ist schön langsam. Hast du dasselbe eingestellt, was immer für Waffen kommen? Oder ist es random? Ja. Ja, das... Ich habe es eingestellt, aber es ist auch random. Ja. Aber halt... Von dem Pool, was ich ausgewählt habe. Ähm... Nur die Scope Scheiße. Ey... Alter! Ich habe schon wieder 80 gekriegt. Was ist mit euch? Ja, Digger. Ja. Eins rein zu weinen. Hier hoch. Ach stimmt. Ja. Ja. Ah, von beiden Seiten. Ah, nein. Hättest du lieber gesagt P90. Nee, die ist viel zu stark. Naja. Aber dafür hätten wir Nahkampf kommen müssen. Ja, aber wenn ich zwei Leute mit P90 pushen, dann bist du sowas vor dem Arsch. Ich glaube, ich push den einen erst und dann den anderen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was ist hier? Warte, warte. Warte, warte. Jetzt, jetzt, hier. Bratan. G'schitbert. Komm. Nein. Ich würde sagen, nur Schwert, ne? Was ist denn das für ein Schwerp, Infinity Blade, gell? Das war vom Event damals. Ich hab das aus Speisereinbaut, ne? Ich hab noch nie das Schwert gehabt. Na schon. Oder was heißt, ich hab das nie genommen, weil das Fall der Wille ist. So, komm, komm, gib, gib, gib. Oh, na, lol. Ja, dann nur Jagdgewehr, ne? Ja, komm, ich stehe jetzt wieder an. Hm, Bruder. Boah! Beine, ihr Schweine! Irgendwer ist gerade gejoined, ist der von euch? Servus. 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 Na, sind wir ja zu viert, ne? Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, aber mein Headfit spinnt manchmal, Leute. Ähm, nur Rocket Launcher. uhh, ich-hört ihr mich. Ach ». Ja, genau. Ja, komm. Ich kann auch nicht mal das Spiel. Hahaha, komm, schieß, schieß! Hahaha. Du schaffst. Du bist ja nicht. Hahaha. In den Selbstmord getrieben. So muss sein. Dann mal das Spiel. Naja, kann ich direkt joinen. Wenn er reinkommt. Achso. Aber er ist noch nicht klar. Aber ja, dann spielt's hier ein duer Jagdgewehr. Okay, gut, hat was heute und wieder. Ach komm, er versteckt sich wieder. Was ist denn das hier in der Mitte? Ach, der Schaden für Ohr. Jungs! Willst du euch starten? Weil ihr habt's gestartet, obwohl ich nicht mal drehen war. Nee, will ich nicht. Entschuldigung. Boah, du Arschloch. Hey, du hast den Damageboost, du Arsch. Oh, oh, topstar. Da geht's. Na. Echt. Alter, geh mal weg von mir, willst du dich ficken oder was desto hier meinten? oh so wie sagt man er entwendet und in afghanistan gespendet nach hier so es müsste eigentlich hier sein unser vierter mann wer bist du eigentlich ja andere bin ich ja und wen kennst du denn von hier chico und okay naja beileid nach chico kommen wir zwei jetzt holen wir die sind wir in einem team oder was wir sind in einem team ja und die anderen zwei die hässlichen sind unsere gegner und die allen abwiesen mädchen jungs haben neue sensi ich spiele wir sind gerade mit meinen sensi ja er stirbt doch johnny verleihen oh mein gott er ist aber so klaus tot oder? Gade! Ich weiß, dann muss ich nicht so schnell machen. Leberkäse in die Semmel, gell, in die Semmel, die Fleischpflanzler. Ich hab auch keinen Plan, wie das funktioniert. Steht da oder was? Da muss das wahr sein, wenn das hier steht. Eingebildet. Das hat wohl Epic Games eingebaut. Keine Ahnung. Das hat so'n komischer... Ich kann mich jetzt in der Tal wieder nicht sehen. Kannst du die Inoptionen wieder einschalten? Was meinst du? Deine Schnellleiste, ne? Ja. Bei Hutgröße. Das dritte. Das wird bei mir auch voll auf der Bahn. Ja. 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 Oh, ich kann ja auch mal gleich zurückkommen. Hm. Ja. Ja. Ich bin so froh, dass die Kampf-Dixer draußen ist. Ich bin so froh, dass die Kampf-Dixer draußen ist. Ich bin so froh, dass die Kampf-Dixer draußen ist. Ich bin so froh, dass die Kampf-Dixer draußen ist. Was ist mit der neuen Nummer, Bruder? Ob du eine neue Nummer hast, weil das steht letztes Mal online. Montag! Ja, ich bin auf meinem neuen Handy online, Digga. Das ist mein zweithandy. Digga, was ist das denn so? Kann man nicht rechts. Das Schwert ist ja größtem Schmutz, Digga. Ist so. Das ist kein Schmutz. Das ist... Augen-Grebs. Dass sowas überhaupt drin ist. Das ist... Muss entfernt werden. Geblockt für immer. Furtbar für. Wie immer und ewig, Digga. Äh... Lass du zwei schmissen. Hast du schon gemessen? Ja, ja. Dass die nicht den Boost holen. Ah, Digga. Der linke ist One-Shot. Der linke ist... Oh. Hab ich. Ah, Scheiße. Ja, sie fehlt mir das Bau. Ich muss so. Du musst mal ein paar... ein paar mehr Sachen in die Map machen. Die ist voll leer. Ja. Und das geht ja. Es soll ja nur um Aim gehen. Aber das Problem ist hier mit Aim-Bot, das soll es hier leicht machen. Ja, Mann. Da sollen sie trotzdem irgendwie ein bisschen durchstecken, ducken können, ja. Das wäre schon vorteilhaft, so. Wenn du direkt rausspringst, ist es direkt offen. Es fällt, Mann. Ein paar mehr Autos, du denkst? Ja, Mann. Ein paar mehr Autos. Ich weiß nicht, für was Steine... Was, Digga. Gib mir Headshot, Bruder. Ich nehme auf. Tico, gleich schalte ich Aim-Bot aus. Mach doch. Ja, warte. Nächste Runde ohne Aim-Bot. Da gibt es keinen Aim-Bot, Digga. Doch. Zielerfassungshilfe kann ich ausschalten. Dann triffst du einen Scheiß-Track mehr mit deinen Sprung-Headshots. Nein. Ja, mach doch. Ich komm mal. Aber er hat das eh nicht, Digga. Er hat das eh nicht. Er spielt mit neuen Einstellungen. Ja, sicher hat das. Ja, aber nicht zu Ork. Das ist was kann. Guck mal, wie der offenes Feld nachholt. Weil die Pussys sich... Pass, Digga. Er holt ihn. Ich mach gleich. Egal, Digga. Wir führen. Die Waffen, die auch in der Kombi sind. Das ist wirklich... Eieiei. Einmal mit Profis, Alter. Ich weiß. Wie hast du das aber gemacht, Digga? Dass die Waffen direkt in die Metall kommen. Einfach über die Einstellungen, ne? Der eine läuft... Oh, guck mal. Die... Voll die Schusser, Digga, Alter. Das ist ein richtiges... Guck mal, richtiges Schusser. Was, Digga? Aha, mit dem Scheiß-Boost haut er halt so viel Schaden raus. Was ist das für ein Boost? Die Zielerfassungshilfe. Macht er mehr Schaden oder was? Ja, doppelten Schaden, ne? Ach so, okay. Ich schalte mal Aim-Bot aus. Dann schauen wir mal, Chico, hier. Warte... Meine Insel... Einstellungen... Zielerfassungshilfe ist aus. Ist jetzt scheiße, wenn man Handy spielt vermutlich. Wirds jetzt echt schwierig am Handy. Aber mal gucken. Wer spielt über Handy? Kaka, oder? Ja, Chico spielt am Handy. Normal, Digga. Standard. Statt. Na ja, mit dem Boost, du. Nee, ist klar. Der Rocky hier. Elke. Ich bin auf der Ecker-Bison-Cenka. Wenn du eine Minute wartest, ist dein Boost weg, also pass auf. Ja, was soll ich da machen? Ist extrem leicht für ihn, Digga, auf Computer, man. Ich dachte wirklich, ich habe keinen Zielefakt und Ziel für Digga, aber man hat das wirklich. Man hat das auch, man, bei den neuen Einstellungen. Aber jetzt hast du es nicht. Ja, ich weiß, deswegen triff ich auch nichts. Weil die Impfungigkeit viel zu hoch ist, gell? Ist so. Ah, du Wichser. Nimm da ein Nerppi. Ja, jetzt merkt man, sind es die PC-Spieler leichter ohne Zielefassungshilfe, ne? Ja. Wer denkt? Oh! Hör, ich hole dir doch! Oh meinst, ich hole dir! Oh meinst... Ich fiel nicht hier! Oh meinst! Schwierig, es ist, ich fiel nicht hier! Was scheint denn da so Dreck geschehen hinter der Wand an der Tür? Jaaa teig! A life on me? Mhm Ah, ich würde sagen, ich würde aufpassen. Was, Digga? Ich hab mir keine Chance, Digga. Rocky spielt schon sehr gut jetzt. Als ob der Ambot auf ihn übergegangen ist. Also, wenn ein Mikrofon rauscht, das ist ja heftig. Schaut das aus. Er hat den Boost eingesammelt mit der 10K. Komm, komm, Moment. Ich glaube, der Rest. Ja, schau, Digga, wie ich ziele, Bruder. Zum zum A-Horn. Ja, ich krieg auch nix gebacken. Ich bin in der Nähe einer Klappe. Ich bin in der Nähe einer Klappe. Das ist ein langer Lad. Du hast für einen langen Lad. Ich bekomme eine Klappe. Oh, Alter, guck mal, Bibi! Bibi! Fieger! Ja! Ja! Was?! Warte! Ich bin schon easy! Oh, Alter, jetzt bleib ich da hängen! Er hat aber auch nix getroffen! Hauptsache, Chico ist tot! Ich bin schon sicher! Ich bin schon sicher! Ich bin schon sicher! Ja, Digga, für Rocky ist das viel zu leicht, Digga! Hup! 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 Toppen, 88er! Teil Hitler! Der Chico, Digga! und direkt nach nach zu ihm gedrückt look at your face look at your face ich hab da keine chance alle haben keine einzige runde gewonnen man sieht wie viel ziele von sie dafür ausmacht alles die letzte runde holen wir jetzt noch mal ja klar ja schau wie ich ziele jungs ich drück mal kurz auf aussetzen ich bin 5 minuten 10 minuten weg essen ich komme gleich jungs ja 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 mr police man opala wer liegt ja 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 er trifft halt im sprung immer das verstehe ich nicht Das war's. 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 Chico, wie flachst du jetzt bei Einstellungen, Digga? Ja, hab's ja doch. Shit. Warte, komm. Das kannst du mir in das Handy geben. Ja, hab's doch von mir schon, Digga. Danke. Schau ich dann gleich, Digga. Ich hab's gehn, ab. Sky play. Ich hab's gehn, Digga. Ich hab's gehn, ab. Ich hab's gehn, ab. Ich hab's gehn. Uff. Ich hab's gehn. Gibt's nicht, Bruder. Also, ihr habt gleich keine Metzge, ja? Na, Digga, na, Bruder. Digga, du hast so viel geschluckt, Rocky, Bruder. Digga, es gibt's nicht, wie viel du geschluckt hast, Bruder. Dreimal hab ich den Shieldblock gegen, Bruder. Ah, Digga, den scheißletzten Tagen hab ich die ganze Zeit mit meiner Sense gespielt, Digga, ich triff nichts mehr, Bruder. Oh, klein nichts, Digga. Das packt so ab, Bruder. Also, ich hab... ...ne Baba Sense jetzt gefunden. Oh, sieh. Oh, 50er noch, Alter. Nein, Digga. Das war dumm. Ja, was geht denn ab, Alter, oder? Ist mir gut, Alter. Hi, ich hab ein Komopon. Hi, ich hab. Hi. 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 Hau. Hi. Hi, ich habe hier. Hi. 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 Ich hab schon noch einen dicken Hit gedrückt, ja. Wo ist er, Digga? Ich dachte, er ist mit dem Loop, oder? Ich hab ihn mit dem Kopf, oder? oh und schon fixer mal das one Das war ein Mann. Das war ein Mann. Das war gut. Was ist das? Ich bin ein Mann. Ja, was soll ich machen, Digga, ich war solo, Bruder, von zwei Seiten wurde ich angeschossen, Mann. Wo kommt es denn hier nochmal her? Jamaika. Digga, hast du immer Hodenkobold geholt oder hast seinen Namen geändert. Baba-Butter-Butter habe ich vergessen, Digga. Bitte? Baba-Butter-Butter habe ich vergessen, Digga. Baba-Butter. Baba-Butter. Der Baba ist wie Butter. Ja. Geht ab. Lega, Chico, Bruder, Laysern, Bruder. Lecker, lecker. Das war lecker, Digga. Wow, Digga, was passiert? Ich meine. Tico, du spielst aber nicht mal linear, Digga, du spielst nicht linear, Bruder. Du spielst auf linear, oder was? Ja Digga. Tocke ist das? Ja Bruder, du musst dich halt daran gewinnen. Trifft aber nix. Es hilft einiges Digga. Exponenziell Digga ist ja genau wie alte Erstellung, Bruder. Oh Blödsinn, Mann. Ich komm sofort springen auf Klo. Digga. Du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst. Digger Bruder, ich hab keine Mets mehr. Wahnsinn Ja, Digga beide keine mits mehr oder ihr habt keine mits mehr digger oder was das ist ja unnötig was wir machen oder und jetzt hast du noch mits ja ich hab noch mits ich schaue dass du runterkommst aber was ich dachte das wasser so tief damit denkt ach halt doch Jetzt sagst du noch Teams oder wolltest du nur noch Sonnester? Hey mit so ne Tech jedes Mal Digga, kriegst du jede Runde Tech oder was Digga? Hey das sind die Scheiße Wieder keine Fahle Digga Ja Super, und jetzt sonst gleich War nicht mit Absichtiger, ich dachte du musst Boden weiter Was ist das? Ich würde mich an das hier Ich würde mich an das hier Ich würde mich an das hier und jetzt gerne noch mal Einmal Ich würde mich an das hier Ah wow, Degas! Das mangelt mir! Keine Falle! Ach Scheiße! Was ist denn? Hast du einen Rumpf gegönnt? Ah Digger! Ich habe einen Rumpf gegönnt! Chico ist rauskann, Keine! Chico, warum ist rauskann? Ich habe den Rumpf gefangen! Und so? . My God, wo ist es hier? Nein, ich bin untergefallen, Bruder. Weil ich nichts sehe, Mann. Dann mach die Augen auf. Wie macht die Augen auf, Digga, wenn meine Mutter genau vor meiner Fresse ist, Bruder? Ach so, deine Mutter. Ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast. Aber ich kenne das nur zu gut. Das ist eh immer, wenn man zocken will. Ah, schieß, schieß. Oh, passt, Digga. So lucky, Alter. Lucky, schwer. So was ist lucky, Bruder, wenn mein 200er trifft, Bruder in Panik. Ich schwör. No front oder sowas, aber trotzdem, Bruder. Easy clap. Alles klar, Digga. Bruder. Kovic, mit welcher Einstellung spielst du? Normal, Digga. Wie alt ist das? Legacy OG. Digga, er hat immer tag, Digga. Immer tag, Digga. Ja, aber ich habe nichts getroffen, außer zum Stoß mit 165 Jahren. Ja, Mann. Ihm machst du Tag, Bruder. Das gibt es nicht, Mann. Der Johnny. Meins Johnny. Ja. Ja, ja, Digga. Der Johnny braucht die Tag. Mit der Spaß trifft er ja nichts. Oh, ja, Digga. Oh, ja, ich weiß schon, Digga. Ich habe ja gegen ihn gemacht, Bruder. Nein, du brauchst. Alles gegen eins, Bruder. Yep. Was geht bei dir, Chico? Ich kann gerade nicht schon machen. Erstmal ordentlich gekutzt. Ah, das waren jetzt nur ein 40er, schau. Easy clap, Bro. Big Mom, die von gestern. Äh, mich auch, Digga. Ich glaube, ich bin kreativ. Du ist zudrückt. Warum ist nicht? Alter, hier, ich schwörst hier. Diese Freundschaftsliste, Alter. Ich fick doch, mein Leben. Immer wirklich dasselbe. Äh, schwer. Boah, das wird jetzt ein Geschmatze da oben, Digga. Okay, doch nicht. Was? Digga. Was? Ah, verlautige Heiden. Ach. Ach, scheiße. Ich wollte nur kurz sagen, hi, ähm, jetzt habe ich Ihnen Besuch. Also, ich wollte ein bisschen kreativ machen mit noch welchen von mir, aber jetzt kam gerade Besuch. Wir können ja später ein bisschen kreativ spielen oder so. Nein, klar. Oh, Junge. Jugi. Ciao, ii. Jo, pass auf. Ah, Digga, er hat einfach eine Trap, Digga. Was, Digga? Da ist die Treppe, Broder. Er hat durch die Treppe geschossen, Digga. Easy clap, Digga. Alles klar, Broder. Ich spiel 10... 20 Minuten schon, Digga. Er hatte noch nie eine Trap, Broder. Noch nie eine Trap gehabt, Digga. Aber der war gut, der war gut. Der war gut, ehrlich? Der war nicht gut, Broder, ich habe zu spät reagiert, Broder. Achso, der war nicht gut. Ja, ja, super. Bruder, ich verstehe deinen letzten Schuss nicht, Digga. Es war die Treppe da, Digga. Du schießt doch die Treppe, Broder. Du warst auch in der Treppe drin, deswegen. Das war auch in der Treppe. Ich habe auch in der Treppe, Verlust. Wer ist das am Imer so hin? Und von der Treppe. Oh Gott, ich dachte beide wären schon unten Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht Oh Leute, die hatte ich alles so runtergeschossen Digga, ich hab keine Mets, Bruder, für das Den ganzen Schass, ich geh wieder Ich auch nicht, ich auch nicht, ich hab nichts mehr Ah, jetzt krieg ich noch Falsch an, Bruder Ich bin tot Ich hatte nichts mehr Ich weiß, ich hatte auch nur jetzt nur 300, also Nichts gebracht Ja, 300, ich hatte gar nichts mehr Ja, aber die 300iger 290, sie sind weg, Bruder Bitte nicht einmischen da hinten, Sir Hä, was hast du in die letzten Runden gemacht, Digga? Ja, das war's Alles so ernst hier, oder was? Normal, Bruder Immer ernst Ich komm abstaunen, Bruder Ich komm abstaunen, Bruder Ich komm abstaunen, Bruder Wie meinst du neue Waffen? Neue Waffen Ich hab noch eine andere Pump oder so, oder? Du wirst das nicht so Oh, Digga, tschüss! Er sagt neue Pump Pump brauchen wir nicht Laser Pump war doch erst drin, ne? Ah Digga, wie bist du da hingekommen? Ich hasse diese Waffe Was, Digga? Ich geb mir 26, er weiß nur, Bruder Lächerlich Wenn man mich da hinten gelatert, Digga Rocky, dich Alles klar, Bruder, danke für die Info Das wollt ich auch grad sagen Das war's Das war's Das war's Ja Das war's Ich hab's Scheiße. Daten, Daten, Daten. Ficke. Boje. Das heißt Boje. Ich probiere jetzt mit alten Herstellungen zu spielen, Digga. Probier mal meinen, Digga. Hast gehört? Ich habe eh, Digga. Du hast nichts von den Zellen, Digga. Das hilft mir gar nichts, Bruder. Vielleicht ist er dann besser, weißt du? Oh, da kann ich L2 drücken, Digga. Voll vergessen. Aber Digga, boah, Bruder. Ich drehe mich wie ein letzter Dreck, Bruder. Bist du immer noch wach, oder was? Ja, dann kann ich sie her. Okay? Ja, dann. ... Gehlell, du geh ins Mausaka. Gehlell. Va! Wie tal? Wie dein Ted? denn überlegen und dann hat man abstauben wieder aber die gar schon wie langsam ich mich treten oder was das ist es bei linear stelle ja ich kann nicht damit spielen oder wie lang hast du das ist ja das nacht zweiter dann kommst er im bruder in den jahren aber ich finde die ganzen mit da kommst du sogar zu bieten hat sie was sie auch sie kann sie auch so schnell weniger das ist dann ja ja wo das ist halt die empfindlichkeit wissen berliner ist dass du bewegst dich gleich gleich schnell immer digga im ok wenn sie lege sie du bewegst am anfang langsam und dann schnell die gg so langsam und dann schnell so er ist der unterschied oder du kriegst du hast mehr gefiltern den den fingern digga ich glaube der ist gerade weg Genau, wieso das so langsam ist, Digga, was ist das? Warte, Digga, schieß mich noch nicht an, Bruder. Jetzt geht's, Bruder. Was hast du dann hoch gemacht? Empfindlichkeit. XY, ne? Ja, Digga, aber ich kann nicht damit spielen, Bruder. Das geht gar nicht, Digga, glaub mir. Wenn du von Linealgrad auf Legacy, das ist... Du schwörst dir, das ist wie wenn du von... von normale, einfache Linearwechsels, Digga. Da fühlst du dich wie so ein Besoffener. Ja, schau, Bruder, ich dreh mich wie ein Bastard, Digga. Absolut zurückmachen wieder. Was bist du denn? Wo bist du denn? Seit wann spürst du Linear? Ich? Ja. Setz drauf, Digga. Nein. Da, wo du mir die Nights beigebracht hast, da hat's noch keine Linear. Oh, ja, da hatte ich schon Linear, Bruder. Ja? Ja, ja. Der Kovic ist jetzt da, Digga. Ich geh jetzt von und ich hab's gut. Oh, schiebe. Was geht denn heute? Was machen Sachen? So, es mir geben, weil ich nicht anpassen will, Schatz. Danke. Zuckerwatte hab ich wohl auch nicht mehr gegessen. Ich spiele jetzt mit Exponentiell, Digga. Ich hab genau deine Einstellung gemacht, jetzt. Ja, mach die Anscheinung, die ich dir geschickt hab. Minus 100, Digga. Nee. Ich weiß nicht, was du meinst. Alter, was geht denn ab, Alter, was? Ich komm mal nicht klar, Mann. Was? Ich will Zeitkampf machen, ich bin nicht gesprungen, Digga. Hast du eine Falle? Ich hab keine, Bruder. Ich hab nie eine. Digga, bearbeiten geht überhaupt nicht, Bruder. Wo bist du? Nochmal 110er, Digga, alles klar. Boah, Digga, ich... Digga, das ist so komisch, Bruder. Er wird mich holen, Digga. Ich geb ihm... Zweimal 110er geb ich ihm, Bruder. Doch, lächerlich, Digga. Er wird mich holen, Digga. Oh... Oh... Ja, ja, so ist das. So ist das Leben erst. Jermai, du kruzifix noch mal. Kruzifix noch mal heißt. Du kriegst den Watschel. Du kriegst den Watschel mit Fusseli. Oh, da ist es so gut. Oh, da ist ein Feuer. Hey, was ist passiert? Was? Oh, was ist die Feuer? Was war das? Was ist passiert? Ich bin runtergeflogen, Digga, geflogen, wollte ich sagen, Digga, was ist geflogen, aber da? Ich hab mich doch selber umgebracht, Alter. Ich bin aber davor schon runtergeflogen, Bruder. Krass. Ich hab noch einen Kill für dich bekommen. Ich hab' gecheckt. Na gut. Digga, Fick Zeug. Digga, wie, das gibt's doch nicht. Der eine hat nichts mehr. Wo bist du? Wo bist du, Digga? Der da unten. Ah, Digga, der hat so viel Glück. Crucifix nochmal. Crucifix nochmal, kriegst die Bautschl. So, jetzt, gib ihm ein Pumphead, Alter, und weg. Oh, wann gibt's denn, ah, um drei, um drei, um drei gibt's Geschenke, um drei, um drei. Brach, Brach, Mooney. Brach. Drach, fünf Ideal. Ich hab den Leuten da, um ein Zeuglerle. Er sagt mir, du Heimzickterle. Oh, was passiert? Da is er. Er hat ja schon wieder 400 Leben. Okay. Wunder mit dir. Wunder mit dir. Wunder! Wunder mit dir. Alles klar, Bruder. Wunder mit mir oder das? Na ne, du hast mich mit deiner Treppe runtergeschossen. Wunder mit Absicht, Digga. Du hast Schatzkopf zu lassen. On a 7-7. I just really like you playing on a 7. 7-7. ... Egal. Ja? Komm runter. Bruder, hey, hey, hey! Nicht seine Treppe, Bruder! Ja, was? Was soll ich machen? Komm her, ich hab keine Mässen! Oh! Schau, ich war eh, man, Digga. Ich kommt! Mama. Wuh! Woah! Ready, Set, Go! Ja, ich schau das da, lass nicht gehen. Brutti, 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 Brutti. Alter. Was, Digga? Alter, bei mir hängst du. Digga, legst du rum, Brutti, Kovic? Sorry? Legst du rum? Ja, Mann. Schau mal, aber wie? Hast du gesehen? Ja, ich... ich sehe, Brutti. Digga, er legt übertriebenes, Bruder. Bist du teffert. Ja, ja gut, so rum leckst du jetzt auch nicht, Kollege. Digga. Er hat sofort die Dingser bekommen, Digga. Die Schäle, Bruder. Gleich Karma. Die Karma-Schäle hat er bekommen, Digga. Alter. Darf ich mitspielen, hallo? Ah, Digga. Digga, was ist das? Ja. Hallo? Gruzifix noch mal. Glaublich. Digga. Digga. Oh. Alter. Du bist ja schon da. Du bist ja schon da. Was? Und sie fickst noch mal, Bruder! Wieso spickst du in meine Richtung? Digga, meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse in euch. Meine Fresse. Ja. Ballad. Ja. Ballad. Ui. Ich weiß hier, wie geht's los. 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 Who talks so trash? This game is trash. Alles klar, Bruder. Alles klar, Bruder. Alles klar, Bruder. Alles klar, Bruder. Wir sind trotzdem nervös. Ich bin schnell mit der Granate in der Hand. Let me see bro Let me live Bam 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 Ah digger RTL 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 Cybersoter RTL 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 Wie heißt das vor der Tür, Digga? Digga, ah, Bruder, er pusht mich immer so aggressiv, Bruder, wo bist du? Wo bist du? Komm Komm. Ah ich flieg runter Bruder! Bam! Baam! WANN! WANN! Du bist du nimmer als du weißt! WANN! 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 uhm! Ich glaube das ist so blöd synd Wir müssen doch beim Schokoladen traf ADA WANN! HALO WUCHER TEAMS SNOCK Ms Es ist egal Etiel Was ist das? Etiel 2 Super Etiel RTL Televizion Warte, 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 ich schieße dich nicht an, ich schieße dich nicht an Da, Digga Dank sehr Geht's los, oder? Was passiert denn jetzt? Ja, ja, Digga Hätte ich dich schon zweimal töten können Wieso ist das nicht getötet, Digga? Da wird irgendwas gesagt nicht BAM 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 Jungen BAM Ah, 75er Bloono, Digga Lass den Automaten drehen durch dich aus und dann schau Und mal sagen wie die Shatter Maya Ulisza Ulisblatt, weil der Kugel in der Kusica Ich hoffe in die Ketten, die du lässt, Leute sehen, du zu wollen, wenn noch andere aus mich hätten Wenn mein Auto drehen durch die Straße, what the fuck Leg mir durch den Grün in die Kasse immer fach Worte sind immer hell, bis die Einschlauch Ich brauch etwas Hilfe beim Einpacken Hier meine Achse in deinem Lacken, gib ein Blatt Und schreibe meinen Flames für die Maske aus Ja, das Oh, reine Ukrainer Oh, reine 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 BAM 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 Oh, den Treppen hat mich fast weggechossen, Digga Digga, digga Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. 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 GD, brä! J.K., mach ein bisschen leichter. Warum? wie warum bruder weil ich nicht gesagt da mal das hat noch kaputt mega bruder ja komm hol mich hol mich hol mich komm doch die hoffnung stehst du jetzt wie denn die hier gibt es so vieles verkehrt ja 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 Ja! Ah, wie geht's dir? BAM! BAM! Abstau, BAM! Hast du aber nicht gesehen, dass ich die ganze Zeit schon gewartet hab, Digga? Doch, sag ja. Aber was soll ich machen? Ich muss raus hin da raus. BAM! BAM! Mai Zeit! Gut, sie fix noch mehr herz. Wann hier, wo ich früher nicht kenne? Jumpet oder irgendwas, Digga? Jumpet? 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 Was? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Bruder, ich bleib stecken! Wie ein Fehlzack, Bruder! Spiel mal Teams, oder? Warte, die Runden sehen gleich vorbei, Digga? Ja, ja, den manchen. Ja, ja, den manchen. Boah! Habt ihr das bei mir mitgespitz? Winter Royale? Nein, leider nicht. Boah! 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 Na, Digga, nanana. Ich wollte... Ich wollte spielen, aber... ging nicht. War ja nur plattform-übergreifend. Ich wollte mitm Jonny spielen, aber ging nicht. Ach so ging das? Nee, du warum? Nee, weil es nur für... Weil Jonny hier auf Computer spielt, Digga. Ach so, ach so, ja. Richtig abfuck. Da waren halt andere Bomben zu bleiben. mein teammate war nicht so gut wie viel hat sie gebracht jetzt um diese 80 gebracht oder jungs jetzt jetzt zum geschenke aufmachen und geht zu diesem baum rechts habe ich schon aufgemacht aber schon aufgemacht kovic jetzt habe ich ihn bekommen ja ich habe schon aufgemacht lasse alle den spielen darauf behindert was seid ihr in der lobby ja digga er hat auch einen eigenen emote digga hat man den auch bekommen oder was drück auf die mods und schau er leuchtet er leuchtet er leuchtet aber ihr habt es denn nur wenn ihr den ansitzt glaube ich was denn der skin chico zieht den auch an digga wir machen alle auf den welches geschenk soll ich aufmachen ich habe nur noch vier geschenke da blau lila grün oder orange und auf der rechten seite habe ich noch die zwei geschenke ja mach mach den großen geschenke auf rechtsseite da kriegst du diesen backblink digga sonst der andere ist scheiße und star wars digga rechte seite graue mach auf nicht diese wo gleiter drin sind und das andere ok erst mal schütteln ok dass was das 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 Die ist HIP geschenkt. Star Wars. Was war das für eine Rille denn? Wie sieht man die 100 Dollar? Ah, wirklich der Tannenbaum. Ja, er nimmt den Tannenbaum auch. Ja, aber die Flügel müssen weg. Mach einfach gar nichts drauf. Ich mach ein Geschenk hinten drauf. Bodenoffensive. Geht es auch nicht clever? Wer um Beine? Wer um Baumaterial? Was für eine Beschränkung? Wenn Munition nicht bekommst. Okay. Das Game ist crash. Ich komm gleich. Ich kann gleich noch mal wieder hoch. Garne. Ich rufe das Ganze nicht. 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 Oh Kafeleisch! ... 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 Ich habe noch einen Pumper in den nächsten Mal. Ich habe einen Pumper in den ganzen Tag. Ich habe einen Pumper in den nächsten Mal. Oh, das ist so. Was ist das? Was ist das? Das Bild ist voll dunkel und jetzt auf einmal baut für Teller, für Fortnets vollem Absturz mittlerweile. Jungs, Jungs... Ich lande hier blau, Digga. Eist du Fotze. Ok, du hast angefangen, ich geh weg. Ich geh weg. Burndochter, Digga. Sie will mich spitzacken, Jungs. Ich sterbe. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Wo bist du? Ich bin erst gelandet, Digga, yo. Ich komme. DIGGA! Ich hab nur noch 8 HP, Digga, Jungs! Jungs! Ah! Du Fotzen-Kick, Digga! Ah! Digga, dieser Fertig schwimmt nicht, Digga. Der läuft mir nur immer nach, Digga. Du hast den noch nie gedacht. Ich hab einen hier jetzt oben. Habt ihr eine Waffe, Jungs? Ja. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Hier. Reh lang, reh lang, reh lang. Hier, komm, komm, komm. Ach, Digga, ich bin gestorben, Mann. Bis jetzt. Ich weiß kein Bock mehr. Was mein jetzt? DIGGA! Äh! Bruder! Hier, Winde, ist mächtig. Jetzt, Alter. Ich hab einen, Alter. Warum ist das so ein scheiß Nebel jetzt hier, Alter? Aber... Da lag... Oha, ich hab einen, Alter. 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 Ja. Boah. Ihr habt zwei Minis noch, was da? Ich hab einen, Alter. Aber da lag irgendwo die blaue Trommel. Da ist der Schneeballwerfer. Ich hab einen, Alter. Komm, ich nimm den. Ich hab die Raketen hier, könnte ich... Oder... Nee, ich will den nicht, ich will den nicht. Besser ist. Ey, der lag irgendwo Trommel. Da ist der so ein Nebel hier, Alter. Was soll ich denn sagen? Ist so. Ey, wo lagen die Trommel? Was ist das, Digga? Was ist das, Digga? Digga, ich sehe Gnade nicht, Alter. Ich hab einen, Alter. Was ist das, Digga? Ist ja egal. Die sollen uns sein lassen mit dem Kerl. Haltensbreche. Glaub ich. Ey, Jungs, das sehe gar nichts. Opsa. Da hinten sehe ich. Jungs, wartet. Ich brauche... Kommt hier? Ja. Ja, warte, Digga. Bis wir kommen, sind schon alle tot, Gerd. Opa. Chico, hier ist Trommelgewehr, Digga. Hab ich, hab ich. Ich hab schon gefunden gerade. Ist hier noch einer? Digga, ich sehe ja gar nichts. Digga, ich sehe nichts. Jungs, ich sehe gar nichts. Ist hier auch nichts. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ja, jetzt sind alle schon down, oder? Mhm. Ja, Digga, unnötig gekommen. Hier liegt eine Blaupump. Digga, so wind ist auch unlocked bei mir, Digga, was für eine Scheiße, Mann. Ach, das Game ist Crash, Digga. Was soll es sein lassen mit dem ganzen Kinderfett hier. Alter, das ist so ein Scheiße. Aber gerade eben, ne? Ja, wo war es nicht? Gehen wir mir. Halt, wieder weg, Alter. Ich glaube, der ist immer nur wieder. Äh, Decke. Ah, ich glaube, das ist so Fnechtraum. Mesisch. Jungs, hier ist Blau MP. Boah. Ich habe noch einen Arme, Mann. Ich habe noch einen Lager, Pau. Oh, es blau. Ich habe noch einen Lager. Ich habe noch einen Lager. Ich habe noch einen Lager mehr gelassen lassen. Oh, wir haben gerufen. Da. Zu Ende. Das ist ja gut. Ich habe einen Slip. Das ist wirklich schwer, hab ich mir gedacht. Großen blauen Sniper. Digga, hier. Was ist mit der Deck, Digga? Kann ich nehmen? Rocky. Hat einer von euch AR-Munition? Haha, ich hab selber nur 100. Rocky, geh rüber, Digga. Rocky, Rocky. Johnny, Johnny Moby. Hier rüber, Digga. Flöpfisch. Oh, das kann ich so hälschen. Oh, das kann ich so hälschen, oder? Das ist auch noch ein Slapfisch. Na, dann würde ich den einnehmen. Ja. Wo denn? Hier beim, ja. Hat jemand draufkippt, Junge? Hier, warte. Ja, ich komm nicht mehr, ich hab das. Ich muss nochmal einen AR-Werfer. Okay. Kann jemand hier nämlich stecken? Ja, Digga. Digga, hat einer von euch hier, ähm, ähm, AR-Munition? Ein bisschen, Bruder. Hier. Hier, warte. Geh mal zu Chico, Digga. Wegen Minis. Ich hab drei Medkits. Kovic, aber du kannst auch mitkommen, Digga. Wegen Slapfisch. Ja, ich bin schon hinterher. Und da sind noch drei Flossen, Digga. Hier ist ein Priegel, schmeckt doch. Kann jemand die drei Flossen mitnehmen? Weil ich hab schon vier. Naja, wenn schier. Da kann jemand nehmen. Oder ja, wenn du. Hier, Digga, hier sind zwei und hier ist einer. Ich hab drei Medkits am Schnell. Ich hab drei Medkits am Schnell. Ich hab hier den Biggie hier. Wenn ich auf dem los. Ich hab ein Biggie. Der Biggie, Digga. Ich hab das, Digga. Ich hab das, Digga. Oh, ok. Okay, ich nehme mit, statt andere Route, andere Route sag ich. Nein, nur... Er will doch die Leute verarschen. Nein! Lass uns nachladen. Ja, ich weiß, aber... Das ist direkt automatisch. Ich habe hier noch eine Welt, die ich habe. Oh! Ich habe hier noch einen? Ja, ich habe hier noch einen. Wo wollen wir hin? Wollen wir gleich Ja Dieser Mädel packt doch mal Nicht spüren's ab, ja Der Schnee stöhnt gleich in der Zeit Dreck Dreck Spring runter? Spring! Jalla Jalla Wui Verseitungsgupf Oh 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 Hm Hab ich schon gesehen schon Oh Oh Ich mach mir jetzt auf jeden Fall eine Ska Oder Oh Ne Ich brauch Metall Wir laufen Bestens 200 Digger Chico ist unnötig Mets aufzugeben Digger Blau Stunk WSG genauso stark Ich hab nur ein grünes Aber okay Ja Dann musst du ein Blaues machen und dann kannst du Ska machen Unnötig so viel Mets aufzugeben Ich hab drei Bigis Das sind welche Alarm 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 Attacke Bam 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 2 Hier rechts Der kommt von hier rechts Jungs Bei mit einem Schwert Kappen Jungs bei mir noch bei mir noch Zwei Leute Kommen Kommen Bei mir genau bei mir Mann! Zwei Stück bei mir! Verfickten Huren Söhne! Verfickten Schmerz! Alter Alter! Ey, rock die hinter dir! Wow! Ne, Jungs! Ey, ich wurde gepusht! Tot! Ja, wie immer! Mist geworden! Digga! Ja, scheiß Kim, Bruder! Digga, wieso nervst du da hinten, Digga? 74er, down, Digga, down, down! Oh, Digga, scheiß Falsch haben, Bruder! Er ist noch Matt getroffen! Digga, nervt doch nicht da hinten, Bruder! Meine Fresse! Hier ist noch ein Biggie! Da sind drei Biggies von mir! Ja, ja, warte, 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 ich geh mir hin, Digga! Und deswegen zum Glück hab ich schon mitgenommen! Warte, noch ein paar Biggies! Gib mir, gib mir ein Biggie! Das ist ein Mini, das ist ein Mini! Ah, Scheiß drauf, Digga! Die Sonne kommt Scheiß drauf, Digga! Nimm mit, wenn du kannst, Bruder! Hier ist goldene Dings da, Digga! Wieso nimmst du Sniper? Äh, okay! Boah, wir können Misty, Misty können wir noch immer hochholen, Digga! Ja, Mann! Lass Richtung Misty gehen, Bruder! Lass Richtung Misty gehen, Bruder! Äh, ja, Digga! Ich hab 100, 180, glaub ich, Bruder! Ich kann nicht gehen, Digga! Ich bin hinter dir! Warte! Hier! Auf mich wird geschossen! Ja, Bruder! Versuch, Richtung Misty zu gehen, Bruder! Ich weiß jetzt schon, wenn ihr mich holt, auf jeden Fall ehrenvoll, aber Digga, sterbt doch direkt wieder! Ja, dann Scheiß drauf, Digga! Hol' mich nicht! Bleib mal hier bei mir! Ich glaub, mir riskiert's nicht! Ihr habt eh nicht so viel Zeit! Ja, okay, okay! Oder doch! Guck mal, die Zone ist da! Kannst du mir jetzt Biggie geben, Bruder, schnell! Hast du nicht mitgenommen? Ja, in der Ding hat ihn! Ich bin fast gestört! Ja, Digga, warte, wir müssen zu ihm, Digga! Digga, Scheiß-Edits, Digga! Digga, Scheiß-Edits, Digga! Digga, der hat mich gelasert vom anderen Städter, der Uhr und so! Neunziger, Digga! Noch ein Besten! Ich bin Low! Filme Hell2 Filme Hellung! Down! Einer! Einer ist down, Bruder! Ich geh mir Mini nochmal! der ist ganz oben gleich wieder da heilig digga was hat ich für Waffen in der Hand digga weil scheiße sind wir da selbst Sniper in der Hand digga statt Bump digga die sind so scheiße Bruder und ich nah Bruder das ist ja scheiß egal auf was ich war Schatz geh zu mir digga da sind noch Fische Bruder Eik ja ich hab Huren von Bruder und lass andere scheiß skin nehmen digga ich kann mit dem Waffen spielen schau wie scheiße sie sind digga die treffen nichts Bruder 88 zick erst mal direkt Spieler melden belästigung alles klar digga Tico Bruder sie können in der spielweise 8 nacht zick zack zack fertig belästigung am Arbeitsplatz oder was diese schweine das Game ist Trash das Game ist Trash das ist der Aufgang ja digga ich nimmer in anderen Stress Miss Geburtskin digga also äh ich komm mit den Huren so nicht klar mein ich komm mit den Huren so nicht klar mein ne man ne man ich bin kurz raus kommen gleich wieder ok ah dafür in diesem grünen geschenk digga da ist eine Fotze drin die schaut gut aus echt ja in dem doofen ja ja was du als letztes auch machen kannst das ist ich schon im blick gesehen digga der zu Hörner aber es ist so Rentier Hörner ist know das das ist Das war's. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ichage씨. Ich trau's, Dios. Das war's für heute. Ich trau die drei Leute. Ich tr workeriere noch einen格�ied. Das wäre zuerst. Ich hoffe nicht irgendetwas, schmecker, schmecker, schmackhaft. Ich habe sechs Minis, was machen wir denn? Hast du noch Rokets, Kovic? Soll ich lieber die Sachen da lassen? Ich habe jetzt drei Minis und ein Miki, oder soll ich die... Nein, 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 nimm die Minis und sechs Granaten, Digga. Wir facken die Gegner ab. Wie viele AR habt ihr? 300. Eine AR, Digga. Ich habe eine. Ich habe nur 100. 100? Bruder, fass nicht mal nicht, dann nehmen wir da so viele, Bruder. Unitaui. 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 Unitaui mit, ne? Hoppa. Wo lang? Äh, schau. Ja, toll, Gag, Gag. Gag, Gag. Gag. Gag, Gag. Gag, Gag, Gag. Gag, Gag, Gag. Gag, Gag. aber wer hat geschossen, ihr müsst schon sagen wenn ihr schießt und nicht einfach drauf los schießen ich sollte auch 35er hat da wohl so ein schnee kala doch Hilfe eine Zone Jungs, eine Zone, eine Zone auch direkt da unten ich muss in den Mimik gehen doch Hilfe Jungs oh der Chip Rack der ist, der ist low, der ist low, der ist low er versucht uns zu snipen Mann ey, was soll das denn so ein Hurensohn echt oh da kommen noch zwei hinter dir was soll ich machen Mann scheiß Missgeburten Diga Diga es war einfach behindert Bruder du siehst auch kein nix in diese scheiß nix er muss genau jetzt kommen Ich hab dich in den dem die 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 Diga Public bokt einfach in der Zett überhaupt nicht der ist einfach nix schicslich Bruder was sie hier gemacht hat Nein, ich bin schon wieder Lobby, Mann. Ich hasse das. Nein, ich bin schon wieder losgekommen. Oh, schaps nicht. Muss ich gar nicht kriegen. Hm, geil. Hm. 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 Boah, diese Plätzchen, ach du Scheiße. Mundorgasmus. Wir sind alleine. Wir sind alleine. Prank. Wir sind alleine. Das war ein Prank. Doch klar, siehst du dich? Also ist ja nichts. Ich sehe keine Leiter, ich sehe gar nichts. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ja. Ich habe keinen Bock mehr, Alter, langsam. Du bist immer gelasert. Boche. Ich habe nur eine Bazooka, Boah. Ich habe nur eine Bazooka. Ja, komm, wir sind weg. Wir müssen mal wieder weg. Mann, pass auf, da ist es hier. Wir sind hier und so nicht. Okay, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind ein wenig besser, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Es geht um, wir sind hier, ein Schwertbräck. Kommt der vierter irgendwann mal oder? Ja. Ich bin auch jetzt erst mal kurz raus. Aussetzen, aussetzen. Ich bin so, ich denke mal 15, 20 Minuten daheim, ich gehe kurz mit meinem Nachbarn. Ich habe das gleiche Chance. Socken wir jetzt Teams oder was? Was? Socken wir jetzt Teams? Ich weiß nicht. Schon oder? Wir spielen die ganze Zeit schon Teams oder? Oder ist der Chico raus oder was? Naja. Ja, auch egal. Du, sowas, Quatskan. Ein Team, hol mal schon. Oder willst du gleich raus? Nein, egal. Lass, lass, lass probieren, Bruder. Lass gleich am Anfang an, wenn du wirst. Ich weiß nicht. Public macht einfach keinen Spaß, Bruder. Seid keiner. Seid Schwerter drin sind, Digga. Die Schwerter, sie fucken sowas von ab, Alter. Ja. Abnahme. Seid die drin sind, habe ich gefühlt zwei Stunden gespielt. Im Ganzen. Drei Stunden höchstens. Okay. Public, Digga. Sonst bin ich die ganze Zeit kreativ gewesen. Die ganze Zeit meine Scheiß sensi umgestellt, Digga. Dass ich jetzt keiner eben mehr habe, nichts mehr habe, Digga. Ja, aber kreativ. Sag keiner auch nach einer Zeit ab. Warum landet hier keiner, Digga? Was soll der Scheiß? Landet keiner? Ja. Ich hab mich frei gesehen, Digga. Egal, egal. Lass du epischer holen, jetzt komm. Hast du schon mal geschafft? Du. Ja, Digga. Sol auch schon, Bruder. Sol auch kurz? Ja. Okay. Ich hab mir nicht so viele Kills. Ich hatte neun oder so. Neun oder acht Kills hatte ich nur, Bruder. Was ist denn kill record? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.